Wow, guckt euch diesen Gungan an. Sehr gut, Kleiner. Die Gungans lernen schwimmen, bevor sie laufen können. Aber heute wird es Zeit für seinen allerersten Laufunterricht. Oh, er hat Angst, aus dem Wasser zu kommen. Wisst ihr was? Ich versuch's mal mit diesem Snack. Ist schon okay, ich hab ja noch einen. Ah, 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 komm schön zu mir, mein Kleiner. Nur noch ein bisschen, du hast es fast geschafft. Juhu, du krabbelst. Super. Und jetzt versuch aufzustehen. Schön das Gleichgewicht halten. Ich glaube, das klappt. Bist du bereit für deine ersten Schritte? Oh, es ist kinderleicht. Einfach einen Fuß vor den anderen Sätzen. Tada! Ich glaube, er kann's. Kemi, guck mal, er kann es. Gratuliere, Kleiner. Du kannst laufen. Tja, größtenteils. Tja, größtenteils. Hallo!